Musik Was geht ab Freunde, Sascha von Skillgaming TVS Video und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Didier Drogba's Return to JT Wir haben in der letzten Episode Kale dazu bekommen Ivanovic als Dressvertarier, nicht so ein gutes Tempo, aber was soll's Frank Lampard haben, wenn wir dann noch als ZM und der andere ZM, den wir neu haben, ist nämlich Matic Wir haben jetzt nur noch 3 Non-Ware Goldspieler in unserem Team noch 3 Upgrades Dann ist es ein komplettes, seltenes Goldteam und dann werden die Spieler verbessert mit Infos oder Team Ich weiß noch nicht, ob ich solche Karten kaufe Mal gucken, wie viel die kosten Hier ist unser erster Gegner für diese Episode Ein Serie A Team, Fünferkette, Ibabo, Muriel vorne Mittelfeld, Vidal und Pogba Fünferkette, Amero, Ogbonna, Benatia, Chiellini Abbarte und im Tor hat der Machetevi Spiel rein In die erste Szene, in der 22. Spielminute kommt hier ein schöner Ball von Didier Drogba Ruhis, der ist hier frei durch Ruhis aber mit den schwachen rechten Fuß und stark gehalten und danach ist die Situation bereinigt Weil die Bräune nicht am Ball kam 28. Minute, Schatli bringt die Flanke Die Bräune mit dem Kopfball, Machetevi hält wieder Schatli, wieder Machetevi Zweimal gut gehalten von dem gegnerischen Torwart Machetevi Aber wie willkommen in der 29. Minute ist das glaube ich Ja, noch ein Eckball, Escheco bringt die Flanke nach innen Dropper ist da, aber Machetevi leichte Beute für ihn Wir schreiben die 35. Spielminute Die Bräune auf dem Flügel Bringt die Flanke nach in Ruhis mit dem Kopfball Brian Ruhis mit dem 0 zu 1 für uns In der 35. Spielminute Schöne Flanke von Die Bräune Und dann Ruhis mit einem starken Kopfball Kurz vor der Halbzeit kommt hier nochmal Schatli Schatli ist hier frei durch Sie muss eigentlich reinmachen gegen Machetevi Aber was für eine klasse Parade von Machetevi Richtig, richtig krasse Parade von ihm Echt ein sehr starker Torwart in FIFA 14 Aber wir kriegen hier noch einen Eckball Kohl bringt die Flanke nach innen Ist wieder Druckball, aber er verliert das Kopfballduell Und danach war die erste Halbzeit rum Wir haben mehr Ballsitz, mehr Schüsse Ich würde mal sagen, die Führung geht in Ordnung Schwing rein in die zweite Hälfte Dropper mit einem Schuss, der wird aber abgeblockt Zum Glück kann man sagen, weil der Schuss wäre ungefährlich geworden Und wir kriegen einen Eckball Eschekohl bringt die Flanke nach innen Da ist wieder Dropper mit dem Kopfball Er setzt sich durch, aber gegen den Pfosten Und Lampard kommt da irgendwie nicht ran zum Abstauber Und danach kann der Gegner erklären Hier Schatli auf Dropper Wieder schöner Ball von Schatli Auf Dropper, der mit dem Schuss Aber wieder richtig, richtig krasse Parade Von Machetti, vom gegnerischen Torwart Richtig gut gehalten Der Keeper von ihm hält ihm im Spiel Hier eine Flanke von Eschekohl Die Ecke auf Dropper, aber da kommt wieder einer dazwischen Von seiner Fünferkette Er war, glaube ich, Benathia Und klärt zu Ecke 61. Spielminute Kohl Guckt Dropper, wo ist Dropper? Er bringt die Flanke hin Denn da ist Dropper mit dem Kopfball Aber wieder Machetti Dropper verzweifelt an Machetti Kann man so sagen Aber De Bruyne macht jetzt also In der 80. Minute das 0 zu 2 Er kann Machetti überwinden Mit einem Kopfball Obwohl er nicht der größte ist Dropper hat leider kein Ding bisher noch gemacht Und danach, ja, er hat er abgebrochen Also Dropper hat kein Ding leider gemacht Er wurde auch nicht Man of the Match Das wurde, glaube ich, Eschekohl Ja, Eschekohl Das heißt, wir kriegen ja nur zwei neue Spieler Und da sind sie auch schon einmal Christian Atsu Der Christian Atsu von Scherzi Der war ja ausgeliehen, ist zurückgekehrt Als ZOM hat nur Tempo Und sein Dribbling geht auch noch so Gerade in seinen Schuss Nicht so Linksfuß Und auf dem linken Flügel haben wir jetzt Lukas Dominukis Piazzon Wurde er wieder aufgesprochen 4-Ständer-Schwacherfuß, 4-Ständer-Skates Und sonst auch sehr gute Werte Als seltener Goldspieler Für ein 77er Rater Rating Und hier ist also unser zweiter Gegner 80 Angreifer, 71 Mittelfeld Und was war es? 74 Verteidigung, glaube ich Weiß ich jetzt nicht mehr genau 78 Pip-Wertung hat sein Team 100 Chemie Und Niklas Bentner am Tor Läuft bei ihm richtig Er hat ein komplettes Arsenal-Team Mit Lord Bentner im Tor Also ihr könnt schon mal sagen Wir schießen kein Tor Eigentlich wollte ich da gleich abbrechen Aber ich habe es trotzdem probiert Erste Zähne hier Bentner Mit einem Obruder auf Gips Bentner hier jetzt Mit einem Fehler und Lampert Ja Macht ihn eiskalt rein Frank Lampert 16 Minuten 0 zu 1 Für uns Ganz, ganz schlecht gemacht Von unserem Gegner Lord Bentner wollte eigentlich Einen grandiosen Pass spielen Wie man hier nochmal In der Wiederholung sehen kann Aber Lampert hat das Gerochen Und dann freies Tor Und Lampert macht ihn natürlich rein 21 Minuten Cole Über die linke Seite Eschel Cole Immer noch am Ball Kann sich hier durchsetzen Flanker nach innen Didier Draper mit dem Kopfball Und Lord Bentner verinnert Das 2 zu 0 Richtig krasse Parade Aber die Situation ist noch nicht Bereinigt Ruiz hier nochmal am Ball Ruiz bringt die Flanker nach innen Draper hier wird das Kopfballduell Aber Bentner steht im Tor Richtig gut gehalten 44. Minute Hier kommen wir nochmal Azu Auf Didier Drogba Und Bentner Wieder ist es Lord Bentner Der das 2 zu 0 verhindert Eckball Eschel Cole Kopfball Kommen wir leider nicht ran Konterschance Für Lukas Podolski Aber Oh er setzt sich hier sogar durch Ich wollte schon einfach sagen Die Situation ist breit Schöner Pass auf Wohlkürt Der ist viel zu schnell Für Ivanovic Tor 1 zu 1 Kurz vor der Halbzeit Theo Wohlkürt Einfach viel zu schnell Für unsere Hintermannschaft Und somit steht jetzt 1 zu 1 Von Anschluss aus Die erste Halbzeit Ist noch nicht rum Martisch hier Mit einem schönen Ball Auf Eschel Cole Richtig schön gespielt Hier am Anfang Von Anschluss Aus Eschel Cole Überläuft Tidebuschi Bringt die Flanke Nach innen Zu weit Aber Ruiz hat den Ball Auch Ruiz Was macht Brian Roonis Bringt die Flanke nach innen Dropper setzt sich durch Dropper mit den 1 zu 2 2 Minuten circa Nachdem er das 1 zu 1 zu gemacht hat Macht Didi Drogba in der 45. Minute 2 Minuten danach In der Nachspielzeit Der ersten Halbzeit Das 2 zu 1 Und die Führung geht in Ordnung Wir haben deutlich mehr Schüsse Und der Ballbesitz für uns Ist auch mehr Martisch hier Gewinnt das Schön Brian Roonis Mit dem Scoop Mit dem Shop Gemäht Das ist auch ein richtig Stark gemacht Von Brian Roonis Richtig geiles Tor von ihm Erst Scoop Und dann Shop Und dann mit links Eiskalt verbandelt In der 48. Minute Zum 1 zu 3 Hier nochmal zu sehen Schöner Shop Nach innen Richtiger Zeitpunkt Und dann macht er ihn Eiskalt rein Jetzt nochmal Theo Wurkert Lukas Piazio Ist aber da zur Stelle Bringt den Ball auf Didier Tropper Didier Tropper Kann sich hier ganz stark durchsetzen Didier Tropper Der Tank Mit dem 1 zu 4 53. Spielminute Unser Star Didier Tropper Eiskalt vom Tor Richtig stark gemacht von ihm Und dann dachte ich Zum 1 zu 4 Hat er dann danach abgebrochen Nein So war es nicht Er hat nämlich ausgewechselt Wie er hinsetzen kann Und guck mal Wen ihr da vorne Jetzt schon beim Mittelkreis gesehen habt Beim Anschlusspunkt Lord Bentner Im Torwart Trikot FIFA 14 Bei Didier Lauf Er hat jetzt also 2 Kiefer im Spiel Vom Trikot her Aber Bentner hat natürlich Normal gespielt Und nicht als Torwart gespielt Hier kommt nochmal ein schöner Ball Von Drogba Auf Azu In der 76. Minute Und das lässt er sich nicht nehmen Und macht somit Das 5 zu 1 Das 1 zu 5 In der 76. Spielminute Schöner Ball Von Drogba Und Azu hier Viel zu schnell Für seine Hintermannschaft Und macht ihn dann Eiskalt mit links rein Hier aber nochmal Unser Gegner Mit Lord Bentner Beim Freistoß Für den Freistoß Kurz aus Wir sind eigentlich dazwischen Aber der Gegner Holt sich den Ball Irgendwie wieder Podolski Hier setzt er sich Irgendwie wieder durch Und Podolski steht In der Mitte frei Und macht das 2 zu 5 In der 80. Minute Aber das Spiel War ja schon vorher entschieden Hier nochmal Azu Mit einem schönen Ball Auf Didier Drogba Didier Drogba Kann sich wieder durchsetzen Mit dem Schuss Und in der Mitte Ist der Abstauber Namens Brian Ruiz Der macht einfach Ein richtig starkes Spiel Einfach nur wechsel Ich weiß nicht Wie viel Treffer Er gemacht hat 3 Mal sehen wir Spieler Das Match wird Es kann auch sein Das hier Drogba Es wird Aber wer weiß Lord Bentner Hier nochmal Seine Zähne Seine beste Zähne Mit den Lupfer Aber Der Ball Geht nicht rein Seine beste Zähne Natürlich als Feldspieler Als Tor War ja natürlich Auch überrangt Wir gewinnen Also 6 zu 2 Nach 90 Minuten Da er Zwei Gegentore Bekommen Und Tore haben Gemacht Lampard Drogba Ruiz Drogba Azu Und Ruiz Also Drogba Glaube ich Mit Einen Tor Und Ruiz Mit Zwei Mal sehen Wer Man of The Match Spiel Spieler Das Spiel Hier nochmal Das 1 zu 0 Zu sehen Ben Mit den Fehler Und Lampard Lässt Ich Das Halt Nicht Nehmen Frühe Führung Das heißt Das ist Immer gut Und Ruiz Man of The Match Geworden Dropper Zwei Dinger Gemacht Ja Dropper Zwei Dinger Gemacht Und Hier ist Also Unser Neues Team Wir Haben Zwei Neue Spieler Ich Glaube Zwei Oder Drei Keine Ahnung Ob Ich Jetzt Weile Couture Am Tor Drei Haben Wir Couture Am Tor David Luiz In Der Verteidigung Als Rechter Flügel Ein Linker Flügel Nämlich William Und Ja Das sind Drei Sehr Stärke Neuzugänge In unserem Team Und Ja Das Lässt Es Schon Mal Richtig Gut Angucken Quart War Im Moment Stamm Keeper Bei Chelsea Bin Ich Mir Nicht Allzu Sicher Aber Ich Glaube Schon Der Werte Auch Im I Lässt isses Fuck Those